und herzlich willkommen zu einer folge scheiße wie heißt das crazy killers vor mir steht die transe hans und hat ein weißes oberteil mit einem grauen rock und einen goldenen gürtel ich glaube ich habe ein orangenes glatt zu nennen kleiner roter obenrot und totgeer so weh dem voraus aus kreisig kill ich habe keine umgekehrt so weit wie anzielt und und stadt schneiden das nehmt schon mal um hier mit der kann ich irgendwas machen haben wir sind hier machen wie kann ich hier mit spüren Kälern und Dings. Ja, aber wie wähle ich denn das aus? Mit der Maus oder was? Echt? Ja, Alter. Ja, einer ist irgendwie der Mürder und du musst was her oder irgendwas. Hä? Ihr schickt mich jetzt wieder weg, oder? Einmal hat eine Kettensäge. Oh ja. Ohne ein Futterapparat hat der. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Da ist einer tot. Einmal ist tot. Ohne Waffen. Und Nesser, der Keltzeile hier. Den müssen wir umlegen. Oh, oh. Oh, Zombie neben mir. Ich habe ein Zombie umgelegt. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, du musst die Typen killen hier, die mit der Kettensäge zumal herumführen. er entwickelt in 321 um es ist noch drin Ja, ja. Warum seh ich dich nicht? Packst du fest? Was jetzt? Runde vorbei. What? Ich bin überfordert. Scheiße. Nochmal? Oder was? Erzähl. I don't know. Details. Continuum. Ich bin immer im Haupt. Ach, hier kannst du was kaufen. Mit F2. Wollen wir mal gucken im Shop. Was gibt's denn? Sheriff. Ah, Equipment. Da wo Equip steht, da kannst du dann was. Toll, ich hab aber auch kein Geld. Du brauchst Goldmünzen. Ich hab nochmal Silbermünzen. Silbermünzen könnte ich dir Spree kaufen. Oder ein Luftballon. Was los? Was? Ach Gott. Was ist das denn für ein Scheiß? So, was haben wir hier denn noch? F1. Was ist denn das? Ach, das sind die Helfenrotzquatsch. So, F3. Komischen Schein. Alles klar. Und L. Das ist ein L. So, kannst du gucken jetzt, welch du noch nötig bist. Bist du die Uschi? Ja, das war's. Bist du ein Kerl alter? Ja. Hast du dir gekauft oder was? Nö. Ja. Ich glaub wir sind eh immer irgendwer, irgendein Kerl alter. Meinst du? Ja. Ich glaub schon. Wenn die Crawler players. Wird doch genau sein. Immer warten wir auf diesen Fletsk oder... Oh, ich bin... Oh, ich hab ne Knappohlen zur Auswahl. Wie, 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 wie hast du das gemacht? Schräg, dann möchte ich dir... Kistole. Ich wär auch ne Wumme. Ich wär bestimmt wieder rumgelegt oder... Ach so, ah, die Waffen sind ja in fünf Sekunden bereit. Was, 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 was? Die Waffen sind in fünf Sekunden bereit. Ich hab schon, äh, drei Sternchen. Für was auch immer. So, was geht jetzt? Ja, ich hab ihn gekillt. Meine alte Tanis, alter, warum? Warum tunst du ihn? Die Zivilisten gewinnen. Äh? Wie süß. Ach, hier, 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 hier. Der letzte war Cutro, äh, Cutro oder so. Killer. Und du warst Sheriff, deshalb hast du die Knoche. Und wir anderen sind alles Zivilisten. Verdammt, ich hab Geld. Continue. Und ich will jetzt was kaufen. Oh, fortaler Error. Siehst du, der Krieg ist nämlich auch Geld, aber... Aber ich kann mir immer keine, 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 keine Ding... Ach, du Scheiße. Du Scheiße, muss aber lange zocken, Alter. Alles 100, 100 Stückchen hier. Scheiße, wir sind jetzt gar nicht mal in dem Ding. Mal rum. Ich geh nochmal auf Quitt. Wie Quitt? Der Quitt ist jetzt ab, wenn du kommst. Wow, jetzt hab ich grad Punkte gekriegt, Mensch. Die ganze Drumschöpfel ausgeben. Und jetzt? So, und jetzt, äh. Jetzt noch Play. Warte mal, ich will mir erstmal was kaufen. Aber ich kann mir nix kaufen. Warum kann ich mir nix kaufen? Ich hab 37 Silbermünzen. Ich will jetzt irgendwas kaufen. Ich kann mir nix kaufen, Alter. Das kostet alles 160 Goldmünzen oder so. So viel. Bei mir ist das alles, ja. Ballon. Nur die Charakter, die kosten 10 oder so. Aber bei Sheriff zum Beispiel, das kannst du nicht bezahlen. Und Killer, mal gucken, was es bei Killer gibt. Eigentlich auch, alles nur Gold. Gold, 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 Gold. Items hab ich auch. Ne, da hast du einen Luftballon, könnte ich nehmen. Den hab ich. Der Luftballon. Ja. Ja. Das war ein Scheiß. Gut, dann machst du jetzt Play. Oh, ne Bank gibt's auch. Also kannst du auch noch irgendwas kaufen. So. Ich bin jetzt ein Kerl. Wo bist du denn? Nee. Nee, 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 nee. Ich bin... Rüben. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Hä, wie hast du denn das gemacht? Was? Du bescheißt da, Alter. Du hast dich schon wieder gescheatet, Junge. Ich hab halt... Ja, ja, ja. Meine ganze Kohle verpasst. Scheiße. So, mal sehen, wie der Killer ist. Wenn ich der Killer bin, dann legst du dich gleich um. Jetzt versteh ich das erstmal. Ah, okay. Ja, ich bin Zivilist, Alter. Ego. Scheiße. Ist das ein bisschen wie TDD? Ja, ein bisschen wie TDD, nur ein bisschen abgefahren noch. Aber ich weiß halt nicht. Oh, da ist er. Ja. Jetzt stockt es aber ein bisschen bei mir irgendwie. Da oben. Oh! Ha! Zu spät, wie heißt es? Der eine hat ne Gitarre. Das könnte der Killer sein, oder? Ja. Ich weiß, wer es ist. Hans ist es. Nein. Doch, du hast gerade einen gekillt, Alter. Ich hab deine, deine, deine Dings gesehen, Alter. Du hattest ein Messer in deinem. Jetzt hätte ich ihn, nein. Ich hätte ein Messer. Ja, du hast zu lügen, Alter. Ich hab Luftballung, Alter. Ja, wie kriegst du den in die Hand? Der Luftballon? Ja. Bei dem er hätte die Zahl größt. Und 1, 2, 3, was soll ich denn? Hä, steht bei mir gar nicht, was das für eine Scheiße ist. Ein Betrug, also ich bin ein Luftballon. Mein Luftballon. Hä, ich hab da einen gekauft, warum kriegst du den nicht? In der Aktionstasten. So eigentlich. Hä, wie kannst du den Luftballon? Oh, Boston ist der Killer. Der hat Messer. Ja, aber was machst du denn gegen den? Ich kann mich doch gar nicht wehren. Hä? Hä? Was geht denn jetzt ab? Jetzt hab ich meinen Mauszeiger am Spiel. Warum das denn? Warte, dass ich das für eine hätte. Ah, alles klar. Man kann das Spiel auch auf Deutsch einstellen. Ja. Ja, das war schon mal, ja. Oh, ich bin tot. Warum bin ich tot? Weil dich die Elder abgeknallt sind. Oh, Mensch. Oh, nicht cool. Oh, ich bin tot. Weil dich die Elder abgeknallt sind. Ah, okay. Das war nicht der Killer. Nee. Oh, ich hab was gekriegt. Oh, ich hab was gekriegt. Ah, nee. Ah, nee. Oh, ich hab was gekriegt. Oh, der Killer. The Shop. Of course. Wo war jetzt die Scheiße nur? What did you? Bist du wieder nicht bei mir drin? Na, wie ist das? Na, ich bin grad im Hauptdingste Boomstar. Ich hab grad irgendwas freigeschalten. und da wollte ich gleich mal gucken, ob ich mich da nicht ausrüsten kann. Wie will ich das? Ich hab ein Messer gekriegt. Alter. Das nehm. Aber wieso, das muss ich kaufen? Musst du kaufen. Ja, ich krieg Geld. Ey, das ist doch scheiße. Ah doch, ich hab einfach... Ich hab 41 Goldmünschen. Ich könnte was kaufen. Ich will was kaufen. Oh, cool. Baseballschläger, den nehm ich. Ich bräuchte noch neun. Level 4? Was für Level bin ich denn eigentlich? Level... Level 3. Jetzt geht's schon los bei mir. Wie, was? Wir sind noch nicht zusammen. Warte mal, warte mal. Ne, ne, ne. Ich dachte, du brauchst einen anderen Lobby. Na, ich bin jetzt in der Lobby. Ja, muss ich jetzt wieder zurückgehen. Ich kann dir zugucken, glaub ich. Hm. Oder auch nicht. Könntest du mir zugucken? Ne, ne, doch nicht. War nur ein Fake. Was jetzt? Ah, ich hab einen Error, alter. Ich hab einen Error. Ja, mein Spiel. Mein Spiel hat sich grad abgekackt, alter. Vertal Error, alter. Dann gucken wir natürlich noch mal. Ich bin jetzt noch mal im Hauptmenü. Warte, ich komm noch mal rein. Höh. Vertal Error hätte ich jetzt. Richtig verteilen. So, jetzt komm ich noch mal rein. Hörbleh. Wo bist du denn? Hans? Jetzt müssen wir wieder an. Sind du schon drinne? Hast du schon auf B gedrückt? Na, ich bin in der Lobby. Ich drück jetzt R. Warte ich. Ne, ne. Ich bin auf ne anderen Nesterbäude. Ne, ne. Ich seh dich gerade. Genau vor mir. Okay. ja ich hätte gerade nur ein totalen error als jetzt bin ich wieder die tussi alter ich hatte doch gerade die scheiße gekauft dann kannst du auf 1,2,3 drückst kannst du dir das entwickle von dem zivilisten im schaden so auswählen ja aber kriegst du das dann auch im spiel das problem halt weil ich krieg es nicht krieg ja noch nicht mal den luftballon geschissen die luftballons heutzutage wieder die luftballons na mal gucken wer ich jetzt bin und wie kann ich jetzt die waffen auswählen ich habe jetzt auf 1 gedrückt da wo die zahlen drüber stehen und dann kann ich das auswählen das steht bei mir gar nicht was das für eine scheiße das wird ein geiles game da geht mir wieder richtig voll einer ab und ich kann nichts machen an dem scheißen nur die dinger einsammeln was will ich denn immer noch mitfucken ich kann nichts das ist das für eine scheiße eeeh du wirst mich echt knüppeln wollen aber ich bin ein Spinner na 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 hallo oh Hans ich hab nichts in der Hand man das ist doch scheiße ja was soll ich gegen die machen ich hab ja nichts ha ich hab überlebt oder was heißt das da haben sie sich umgebracht also jetzt mal ganz ehrlich ja das ist doch ein scheiß spiel ich hab recht zu hüten und jetzt erzähl mir das nochmal hier jetzt erzähl mir erst mal wie kriege ich die Waffe ins Spiel ne bist du bist du da und ich bin zu machen ey jetzt geht das wieder los alter du bist gar nicht wieder bei mir wir gehen jetzt ganz raus ins Hauptmenü wir gehen jetzt so ins Hauptmenü warte 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 ich muss erst das Spiel hier bei mir lädt es noch warte warte jetzt geh ich erstmal ganz ins Hauptmenü exit da gehst du auf Shop im Hauptmenü jetzt gehst du auf Shop im Hauptmenü so also er geht seit erstes auf Sivillien Sivillien ja dann sagst du mir mal oben wie viel Münzen hast du in Silber und in Gold in Gold hab ich einen 40 und Silber 54 und da kannst du jetzt mit dem Mausrad nach unten scrollen und kannst hier was aussuchen weil das größte und das meiste wird immer mit Silber Münzen bezahlt bei mir steht gold 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 alles rot alles rot gold 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 echt bei mir wird hier alles mit gelb angezeigt echt ich glaube nach oben das gold so wenn du was gekauft hast musst du dann auf Equip gehen ja das hab ich gemacht und das hab ich dann im Spiel ja das hast du dann im Spiel ok also geh ich jetzt auf Exit oben und jetzt Play ja genau voll scheiße das war ganz ehrlich so und jetzt muss ich Weddy drücken ja alles klar jetzt lauf ich hier bisschen rum bis das Spiel los geht in 5 Sekunden bist schon da? ja wo bist du denn? wo denn wo denn wo denn wo denn wo denn wo denn auch hier haha es geht lauf haha scheiße also so ich bin so ein geschützes Spiel ja auf jeden Fall also das ist nicht zu empfehlen aber ich glaube es ist auch kostenlos gell mhm ja wenn du dafür Geld los gibts dann also haha bitte haha haha so und wie kann ich jetzt die verfickte Waffe auswählen? weil mir wird wieder nichts angezeigt ja wo unten hast du nicht die zwei Symbole haha ne haha da bist du ja nur Zivilist dann hast du keine Waffe lassen ach so und nur wenn ich Bulle bin halt dann knarren oder was? genau ja ja was machst du als Zivilist? renn dich nur rum oder was? ja denn du musst gucken wer hat doch nicht oder das muss das ja ja guck mal wer hat der Knarre ist oder der Täter ist oh 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 hier ich hab was gehört oh 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 hier schießt hier schießt wie heißt denn der? schnell 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 hin das war ich nein Hillary das jetzt bin ich also häh wieso heißt du was anders na du bist da roth ha 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 warte ist jetzt hier die im Blau höhe lass mich ja roth nein wieso kann wieso kannst du schneller rennen als ich das weiß ich Bruder und dann soll er umgelegt Held so jetzt muss ich mal gucken, ich habe auch niemand gekillt ja, also nicht, spiele anders Wo gehen wir jetzt hin? Menü oder Kontinue? Kontinue So jetzt müssen wir wieder im Shop gucken oder was? Warum kann ich keine Waffe, ich will auch keine Waffe haben bei Killern muss ich jetzt sagen, ach so, ah, ich verstehe Ach, ich verstehe, jetzt checke ich es, Alter, jetzt heißt es Kraft, also immer wenn ich jetzt Zivilist bin, muss ich da was auswählen, wenn ich Sheriff bin, muss ich was auswählen und wenn ich Killer bin, muss ich was auswählen oder was Genau Ah, Alter, das war jetzt mal Gehirn-Praining Ahem Äh, Brainstorming meine ich, Gehirn-Praining Alter So, jetzt müsste ich aber was haben, egal was ich jetzt bin Waiting for orderplayers, los jetzt Ja, warum kannst du dir dann mit 1, 2, 3, was suchst du? Ja, das muss ich, jetzt steht es da, alles klar, da hab ich Angst drüber Da muss ich ganz schluss Und die Sterne bringen irgendwelche Scheiße oder was? Ja, die bringen am Ende eigentlich nur Geld Und wenn die gesehen, dass das einer der Mörder ist Und wenn die gesehen, dass das einer der Mörder ist Dann musst du Dann musst du hier auf E drücken, die Killer ist und dann sagen, dann musst du mit Rechtsklick irgendwie dir den, äh, den Mörder auswählen Na, ich hab schon mal die Wummen da und ich bin im Sheriff, Alter Genau, hola 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 So, Brauch ich mir ruhig mal essen Hm, hast du schon einen gesehen? Oder bist du der Killer, ne? Ja, nein, ich bin ein Zivilist Ich bin kein Killer, ich bin Sheriff, Mädels Ihr habt alle Angst, weil ich die Knochen wandel Hahahaha Oh, hier ist ein Toter Wo ist ein Toter? Wo? Wo ist ein Toter? Wo? Wo denn, wo denn, wo denn? Oh, wer liegt denn hier, wen um? Wer ist hier, wer hat hier jetzt wen umgelegt, hä? Oh, hier Oh, oh, oh Wo war das, wo war das? Ja Ah, die Tussi ist es Ah, die Tussi ist es Oh, die haben mich umgelegt Ja, sie ist, ha, 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 ha Ja aber eigentlich ist es die in pink Oder so, keine ahnung Ya are dead WAS war das jetzt mal ganz ehrlich, gell? Wow, Scheiße Lehrer Ich bin jetzt im Hauptmenü und der Phil Werde ich jetzt glaube ich auch bleiben atore Drück師, drücker serio. Ne, ich bin jetzt schon im Hauptmenü gekommen, irgendwie gelanden, gell, ne? So, da würde ich sagen Das waren aufregende 20 Minuten Mit dem Hans und mir dem Wob Ich bedanke mich für das Zuschauer-Notrein Tschüss